Guck mal, was knallt denn da hier so oben? Komm, fahr'n mal ein Stück hinterher. Der ist bestimmt ein bissel heß drauf hier. Bestimmt hier eine Zündkerze im Auspuffer oder so. Da kannst du mal ein bisschen Licht in die Hütte machen, einwandfrei. Dann weißt du gleich, worum es geht. Zeigen ist auch gut. Warte mal, fahr'n mal neben den du. Komm, gib jetzt Last hier. Da sind noch eins, guck mal hier. Da macht komplett Terror. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Geht der Porsche richtig hier? Guck, der fährt an uns vorbei. Guck hier, was ist denn das für ein Kombi? Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hey, was ist denn das? Komm, los komm. Wir sehen uns aus, wir sehen uns. Wir sehen uns aus dem TASH. Wachen wir uns aus.